Und damit Willkommen zurück zu einem weiteren Corona Trash, Quarantäne Trash Part, zweiter Tag Quarantäne Trash. Wir spielen heute Undefendet oder so ähnlich. Das ist eine Buchstabe, das ist ein Figürchen und wir sprechen gepresst in die Key. Und schau mal wie ist hier, was wir hier tun. Und Defeated. Aha. Mit der Maus. Credit Open. Achtung. Options. Na sehr toll. So ist in Ordnung. Language. Englisch, Japanisch. Englisch oder Japanisch. Nehme ich doch lieber Englisch. Controls. Haben wir wieder komplett schwierig. WST Move. F with action. Dann muss ich wieder lernen. Ich muss meinen WST nicht verstanden. Okay. Äh. Ega. Fertig. Ähm. Back. Okay. Game Start. Da haben wir wieder ein bisschen Story. Powered by Unreal Engine. Als ob. Ein fieser Roboter. wenn wir die Welt zerstören. Und nur wir können die Welt retten. Wie es ausschaut. Wir sind der Retter der Welt. Wir haben gerade eine Atomraket aufgehört mit der Faust. Wir sind Superman. Move your character. Dash well moving. Verstanden. You can walk by using left. Ah. Okay. Na dann versuchen wir es mal. Sprint. Äh. Ja. Okay. Verstehe. Let's start. Die Leute werden hier unter Felsen gegraben. Autos werden zerstört. Wunderbische Zwischensequenzen. Rescue Action. If you find someone who needs to help them. Ah. Okay. Mit F können wir die Leute befreien. Unter den Steinen können wir. Wir sind ja super Superman hier. Wir können mit F hier Steine hochheben. Zerstören. Was ich gut. Das können wir ja auch. Das Feuer können wir auch löschen. Mit F. Unter unserer Windkraft können wir hier das Feuer komplett auslöschen. Hier haben wir die Fähigkeit alles kaputt zu machen. Wir machen uns zu heilen. Das ist wohl der Böse. Der hinter die ganze Sache steckt. Der schickt jetzt seine Soldaten auf uns. Wir sind natürlich. Wir halten natürlich alles aus. Wir haben Power. Wir haben jetzt. Wir haben Panzerbrust. Und wir halten jede Kugel aus. Der uns trifft jetzt hier. Eine Kugel sichern. Es trifft nichts. Milli-Attack. If there are enemies near you, you automatically go near. Aha. Okay. Kapouts. Das war ja wohl gar nichts. Da kommt Nachschub. Verstärkung. Das ist aber für mich. Ich bin doch zu ein paar Mal mit. Ich schnipps hier ein paar Mal mit. Ich mach ihn auf Thanos. Ich schnipps einmal mit dem Finger und dann sind sie alle weg. Ich bin hier. Wechseln sie. Der haut da ab. Er wills jump. Ah. Das bestätigt meine Superman Theorie. E fly up. Q fly down. Ah okay. Verstehe. Ich kann jetzt jumpen und dann fliegen. Mit Q kann ich hochfliegen. Ah okay. Sehr schön. Dann fliegen wir mal zum Roboter hin. Und Q kann ich runter mit E-K Uncle. Alles klar. Ich komme Roboter. Das werde ich in der Luft zerstören. Hey. Speed, fly. Verdammt. Wal'Nimmel häufig drauf. enormous vom super world Hannah is Cool. you shouldn't be much for the time. Any way you shouldn't be much for the time. you сможaaaa So, äh, wie greifen wir dich denn oft an? Einfach mal verfolgen, oder was? R-Log-On. Achso, jetzt können wir ihn abfeuern. Attack. Badats, 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 badats. Ich zerstöre dich. Du wirst die Stadt nicht wieder terrorisieren. Und Flay-Superion-On-Link. Okay, und Attack. Kapauts. Zerstört haben wir ihn. Der Zerstörer der Stadt wurde zerstört und alle jubeln. Alle freuen sich. Er hat die Stadt gerettet. Superman hat mal wieder geholfen. Wir sind Held derzeit. Oha, aber da ist noch der Bösewicht. Da ist noch der Erfinder der Roboter. Der hat die Neugierigkeit gemacht. Der ist noch im Leben. Der existierte noch. Fremote. Ah, okay. Aber wir müssen noch den Bösewicht ausschalten. Helpt Pürsen nur an der dem Rumble. Das ist eine Feier der Frieder der Terroristen. Er ist noch ein Terrorist. Den müssen wir noch besiegen. Wo ist der Schurke? Ich komme zu dir. Ich mache dich kalt. Hier sind ein paar Terroristen. Ich schlage auch mit einem Fußschlag. Ich schlage alle für alle. Reden kann ich auch nicht mehr. Ich mache euch alle alle. Ich fliege hier gleich zum nächsten Notenstrahl. Dann werde ich gesucht. Hier werde ich gebraucht. Mit F. Äh Sekunde. Da brennt es auf dem Dach. Kann ich nicht mehr fliegen oder was? Ich werde auch bestimmt fliegen. Feed all Terrorists. Ach, das war es schon. Existioning Fire. Jetzt habe ich die Straße kaputt gemacht. Na toll. Mal das hier noch gleich mit fliegen. Nach oben aufs Dach hier. Ich muss die Leute retten hier. Ich muss das Feuer ausmachen. Badoo. Er hat die Pürstenbräunde in der Wubble. Okay. Ja, wo kriege ich das hier hin? Wo ist der Wubble? Der Wubber. Wer ist hier unter einem Radiokonie? Entquetscht. Resolve Three Tumbles. Aha, okay. Die Straße wieder kaputt gemacht. Irgendwie ist das mit dem Fliegen noch nicht so. Ah, okay. Da drüben ist der große Radiogummi. Der eine Person, die sich gequetscht hat. Die Ende zur Hilfe. Fast Flight. Von Möhre. Ah, okay. Hier ist der große Radiogummi. Wo? Wo? Hier? Ich sehe es nicht. Ich bin jetzt hier wieder. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich habe die Übersicht verloren. Na komm hier mit. Wo? Wo? Ich verstehe das Fliegen noch nicht so ganz. Wo war es denn jetzt? Help the person. Da bin ich nicht hier. Und war es nicht hier. Ich muss glaube ich noch Ausschau halten. Von oben ist es weg. Na toll, ich bin jetzt zu weit geflogen. Ach hier, ich sehe es doch. Hier, F. Press F, du Respekt, du play Respekt. Challenge Quest. Hier einmal F in den Chat, äh ne, in die Kommentare. Es gibt kein Live-Stream. The Clean Destruction Challenge. Flight Challenge. Ah, okay. Ähm. Vielleicht kriegen wir das nochmal hin und danach. Lassen wir es auch nochmal gut sein. Genug hellen Abenteuer hier gehabt. Hier können wir die Brücke fliegen. Wir kommen über den Ozean. Dann gibt es hier irgendwo eine unsichtbare Mauer. Und zwar genau hier. Oh, wir können auf Wasser laufen. Na hoch. Weit über die Stadt. Da hoch. Da müssen wir hin. Das sind leuchtenden, blauen strahlen. Power Speed. Und jetzt hier landen. Auf dem Hochhaus. So, hier haben wir. F Challenge Start. Freight Challenge Tutorial. Okay. Ja, das haben wir doch mittlerweile schon. Das kriegen wir doch hin. Oder nicht? Haben wir eine bestimmte Zeit oder was? Na toll. So. 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 So war das. Jetzt müssen wir hier durch. Eins. Zwei. Vier. Sechs. Sonst. Ja komm, das ist doch hier keine Ursache. Das kriegen wir doch hin. Unser Flug Tutorial. Hier müssen wir mal ein bisschen runter gehen. Das ist doch hier alles keine Ursache. Fliegen können wir doch schon. Bewesen wir jetzt hier, unsere Fliegekräfte als Superman, wir haben zwar kein rotes Cape an, aber wir sind trotzdem Superman, der Superman dieser Stadt, Superman in Schwarz, hier fallen wir durch, ein bisschen Beschleunigung am Ende, entspucht, geschafft haben wir es, Fledge Challenge, 5 Sterne, Tutorial bestanden, sehr gut, Finish, ok, dann die andere Challenge hier, beim Krüdern, Laserstrahl, was haben wir hier, Challenge Start, Destruction Challenge, na dann, ach das kriegen wir doch hin, das dreht die Maus, ok, Challenge Start, ich bin bereit, Start, auf geht's, was muss ich Destruction, das muss ich zerstören, nix leichter als das, hier wird zerstört, ihr seht kaum, was ich mache, so schnell kriege ich das hier hin, man muss hier eigentlich nur auf die N-Taste drücken, erledigt, ein Windeseiler, geht's schnell, finish, gut, ähm, dann würde ich mal sagen, damit ich nach oben, es wird sich gefallen haben, lassen, Abbot am Nasen, wenn ihr neu seid, und kein weiteres Video vom Kanal verpassen wollt, morgen geht's gleich weiter mit dem dritten Teil, dem dritten Video, und Quarantäne Trash, dann wollte ich morgen, Tag 3, gut, ähm, na dann hat noch einen angenehmen Fossiltag, gerade hier in der Corona-Zeit, in der, in der Lockdown-Zeit, ist jetzt hier ganz wichtig, auch mal ein bisschen superheldend zu sein, ein bisschen den Leuten zu helfen, die es nötig haben, ein bisschen mal, oha, da braucht ihr mit unserer Hilfe, ja gut, das aber jetzt nicht mehr in diesem Ort, ähm, habt eine angenehme Zeit, bleibt gesund, lasst euch nicht klein kriegen von der Krise, von dem Lockdown, und, ja, und bleibt mir erhalten, und lasst euch von, von keinen Spinnern irgendeinem Superhelden-Krams erzählen, lasst euch hier von keinen Menschen, die sich selbst als Superheld mitsehen, irgendwie, Blödsinn erzählen, ja, dann werden wir nicht zum Corona-Deppen, zum, zum, Covid-Idioten, bis dann, und ciao!